Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diggy's Adventure. Ohne Video, sondern wieder weiterhin mit Screenshots. Wir haben noch eine ganze Menge Screenshots. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt hatte, ich hatte ja den Support angeschrieben gehabt an dem einen Tag und er meinte, oder er hat mir zurückgeschrieben nach wenigen Stunden, glaube ich, also relativ fix, dass aktuell noch gar kein Sound für das Spiel released wurde. Und die natürlich unter Hochdruck daran arbeiten, das natürlich einzuführen. Also, ja, Sound gibt es hier leider nicht, was natürlich jade ist, dann hört einfach nur den Klang meiner wundervollen Stimme. Gut, den Screenshot haben wir den letztes Mal gehabt beim Part. Heute gehen wir raus und bauen einen Schneemann. Ich gucke nur ganz kurz, ob er alles aufgenommen wird, wunderbar. Ja, wir gehen raus, Amo hat sich auch in dem Thema wieder zugesellt. Und, ähm, da ist Whitney, die hat schon mal den Körper und die Beine vom Schneemann gebaut. Allerdings müssen wir noch was machen. So, da ist der kleine Bodyguard, natürlich, selbstverständlich. Hast du dir den Schall gebracht und dir gesagt, dass er von mir kommt? Sehr schön, nimm dieses als Zeichen meiner Dankbarkeit. Aber wir sollten hier nicht herumstehen, es ist nicht sicher hier. Ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe, ehrlich gesagt. Gold? Ne, Erfahrung. Guck mal, da oben, der Erfahrungsbutton, äh, Balken, der hat sich ja, und, und Gold. Okay, 100 Gold auch noch. Äh, 100 Gold und wahrscheinlich 200 Erfahrungen oder so. Super, unser Schneemann ist fast fertig. Er braucht nur noch den Kopf. Könntest du den bitte hierher rollen? Ja, der Kopf ist selbstverständlich woanders. Da hat nämlich vorher auch eine Krähe gestanden gehabt, die blöde Sau. Und hier steht auch schon wieder eine Krähe. Echt, aller Assi. Und den Schneemannkopf rollen wir selbstverständlich da hin. Ähm, ja, der Kopf ist ein bisschen nach oben gedreht mit der Nase, aber egal, da ist die Krähe weg. Und da seht ihr, der böse Typ, da, der da. Äh, was dummerweise nicht auf den Screenshots so super zu sehen ist, ähm, der hat einen Attentat vollübt. Der Typ, der hat, weiß ich nicht, mit einem Messer geworfen oder so. Und der Bodyguard hat sich selbstverständlich da vorgestellt. Da ist irgendwie ein Seidenschal jetzt um ihn rum. Oh nein, Kevin blutet. Er hat sich vor mich geworfen und so mein Leben gerettet. Verflixt. Es tut höllisch weh. Verfolge ihn und versuche ihn im Wald festzusetzen. Ich werde währenddessen die Polizei rufen. Jetzt dürfen wir einen Räuber verfolgen. Das ist nämlich der Typ da unten gewesen. Den merke ich schon vorhin, vorhin schon gesehen hatten. Und selbstverständlich, äh, werden wir uns da durchgraben. Wenn ich sie nicht schaben kann, dann auch kein anderer, sagt der böse Räuber. So, wir sind hin. Und selbstverständlich ist er wieder verschwunden, die blöde Sau. Ähm, ja. So, und dann graben wir uns da durch. Zum nächsten Teil. Und da sehen wir oben wieder eine Krähe. Was ist denn dahinter wohl in den paar schwarzen Flächen? Wollen wir uns natürlich auch gleich angucken. Und er ist schon wieder verschwunden. Wir haben uns hingebaut und haben keine Energie mehr. Und, äh, ja. Haben dann wieder erstmal, oder hab dann erstmal gewartet, bis ich genug Energie hatte. Hab mich dann wieder hinter ihm, äh, bin wieder hinter ihm her. Und da sehen wir Amos Pfeiler oben. Dreimal Karamell. Einen Stein. Wer oben rechts hingeschaut hat, sieht einen Felsen. Und da unten haben wir eine kleine Markierung, wo wir den Felsen hinrollen sollen. So, zack, zack, zack. Ach, guck mal, ich hab sogar Level Up. Cool. Deswegen hab ich auch alles machen können. Äh, hab ein Level Up. Wahrscheinlich hab ich nochmal 30 Energie gewartet. Und, äh, hatte ein Level Up. Bin auf Level 36. 250 Gold. 150 Hähnchen. Äh, ein Hähnchen mit 150 Energie. Und 820 Energie instant haben wir bekommen. Alles freigemacht. Das Karamell mitgenommen. Die Amos Pfeile. Und dann haben wir das Ding hier hergerollt. Und ihn eingesperrt. Und ihr seht links, da wo die Krähe war, ist jetzt Klein Amor. Sie sollte mein sein. Ich hab alles für sie getan. Ich liebe sie. Tja. Und er wollte sie töten. Danke für deine Hilfe. Ab hier übernehme ich. Ja, ja, weißt du. Ich mach die ganze Arbeit. Und der Typ, oh, ist jetzt eingesperrt. Jetzt nehm ich, übernehme ich. Gut, okay. Dann gehen wir auf zu Amor. Das wurde aber schnell gefährlich. Kevin hätte fast sein Leben für Whitney geopfert. Wie romantisch. Kein Wunder, dass sie sich in ihn verliebt hat. Schauen wir mal, wem wir als nächstes verkuppeln können. Sprich mit Amor und deinem Cap ist die nächste Mission. Da wir die aber selbstverständlich erstmal kurz sausen lassen. Bevor wir da hingehen, machen wir noch die ganz kurze kleine Kiste auf. Und da sind, glaub ich, 200, 300 Münzen sogar gewesen. Nicht übel. Ja, die beiden haben sich verliebt. Und, ähm, ja, hier unten seht ihr ja, in dem Bereich ging es noch links weiter. Und das hat natürlich mein, mein Auge sofort erspäht. Und bin da noch ganz kurz hin. Und das ist dieser Bereich. Vier Amor-Falte. Da oben ist, glaub ich, sogar noch einer. Wenn man weiter höher geht, sind fünf Amor-Falte. Ja, sechs sogar. Nice. Also vier hier unten und zwei nochmal da oben. Und da hab ich mich selbstverständlich hingegraben. Und, äh, ja. Alles gemacht. Die Pfeile mitgenommen. Und ich glaube, ab hier hab ich dann so gesagt, ach komm, jeden Amor-Fal brauchst du hier nicht mehr screenshotten. Aber mal gucken, was ich dann gemacht hatte. So, dann haben wir über den Amor und Camp geredet. Vollendete Aufgabe Bodyguard. 1.800 Gold und 2.000 Erfahrung. Und ihr merkt schon, hier wird einer mit Gold hinterhergeworfen in diesem Event-Mission. Und das ist Wahnsinn. Also, allein diese Mission bringt extrem viel Geld. Und danach noch die, ähm, Event-Belohnung, diese Achievements mit den Amor-Falien sammeln, bringt so krass viel Kohle und Erfahrung. Aber, das werden wir noch sehen mit der Zeit. Seifen-Opa. Leidenschaft und Liebe gnaden auf dieser mexikanischen Hacienda. Noch nicht ganz. Wir müssen den Seelenverwandten von Estefania finden. Liebe, Tränenbetrug. Hier gibt es zu viele Emotionen. Viel Glück. Und das ist dann nämlich das nächste. Ähm, das nächste, der nächste Sequenz sozusagen. Ich habe mir aber gesagt, ich habe jetzt so viele Amor-Falien und so viel Gold bekommen. Ich kann mir nochmal was Schönes kaufen. Und habe geguckt, was könnte man sich so Schönes kaufen. Und zwar so ein Event-Ding. Dafür muss ich allerdings erstmal wieder meinen Camp freiräumen. Habe mir 900 Gold bezahlt. 75 Holz. Und das nächste kostet dann beides. Also, hier kostet es kein Gold mehr, sondern es kostet Holz und Steine. Also, beide Materialien, äh, oder zumindest Steine haben wir mittlerweile sehr viele. Beide Materialien brauchen wir dann immer, um das Ding freizuschalten. Ähm, ja, und da haben wir, seht ihr, Priesterin der Liebe euch gekauft. 30, also 6000 Gold, 50 Pfeile. Und da oben, seht ihr, das Gold ist weg. Äh, bringt allerdings 30 Energie pro Stunde und 4 Stück können wir davon platzieren. Also, auf jeden Fall einen habe ich platziert. Nächste kann man auch nicht freischalten. Und, äh, dann hatte ich, was hatte ich, was wollte ich denn hinsetzen? Ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr hängen gesetzt. Ich wollte, glaube ich, um was setzen. Vielleicht einen Kupfercontainer. Ähm, doch, ich habe sogar einen Kupfercontainer gesetzt, seht ihr. Da habt ihr, da habe ich die, die Gurken, da, diese Gurken und die, äh, den Ventilator habe ich ausgetauscht. Gegen den Kupfercontainer, der jeweils 8 Energie pro Feld bringt. Die haben nur 3 und 5 Energie gebracht. Also, auf jeden Fall hat sich das verdoppelt. Ne, und was anderes habe ich weggemacht. Und was anderes. Hier, die, die Pilze links, seht ihr auch noch hier 4 plus 4. Also, ich habe es auch auf jeden Fall nach der Größe geordnet. Äh, seht ihr hier nach der Größe geordnet dann, um zu wissen, was könnte man jetzt austauschen, was ist halt besser. Genau, wir können, mit dem Level Up haben wir die Möglichkeit gehabt, ein neues Lasttier zu kaufen. Für 3000 Gold habe ich aber lange, lange Zeit nicht gemacht. Das machen wir erst, äh, weit später. Ähm, aber wir hätten uns jetzt ein viertes Lasttier kaufen können. Die Wiederholungskarten haben sich auch ein wenig erweitert. Und zwar ist jetzt der Fischteich vorhanden gewesen, wo ich allerdings noch nicht einen einzigen Fisch geholt hatte, weil das ist gar nicht so einfach. Da muss man irgendwie Köder... Ah ja, hier. Ist dieses, ähm, dieses Feld mit dem Fischteich. Um einen Fisch zu fangen, brauchst du einen Köder. Da müssten Würmer in der Erde sein, die reichen aus. Das habe ich allerdings nicht weitergemacht. Achtung, Angeln nur vom Steg erlaubt. Und da kann man sich da hinstellen, ihr seht da, das Schlüsselobjekt, das brauchen wir auf jeden Fall. Und irgendwo müssen Würmer sein. Äh, ich habe das allerdings noch nicht ein einziges Mal gemacht, aus dem Grund, dass ich halt die Energie für das Valentinszeug gebraucht habe. Da sind irgendwie die beiden, äh, Amos-Pfeile, die ich noch mitgenommen habe. Und da sind wir jetzt in der mexikanischen Hacienda. Oben links seht ihr das. Mexikanische Hacienda, Fortschritt nur von 490 und belohnt uns 1200 Erfahrung, wenn ich das Ding klären sollte. Ich habe es bei Dings auch nicht gemacht. Die Ferienhütte am, am See. Äh, ich habe nicht alles gekleert. Wie gesagt, Energie ist erst mal, oder das Event fortzuführen ist erst mal wichtiger gewesen. Deswegen die meisten Dinge habe ich jetzt einfach nicht mehr gekleert, sondern erst mal nur durchgerusht. So, hier Amos-Pfeil, nochmal Amos-Pfeil, ist da oben links. Etwas Merkwürdiges ist passiert, Diggi. Mein Herz ist voll lieber entflammt. Aber zu wem gehören die Flammen der Leidenschaft? Hilf mir, es herauszufinden. Äh, da bin ich echt wahnsinnig geworden, die blöde Kuh, ey, die kann sich echt nicht entscheiden, ne? So, hier überall Amos-Pfeil, dann gehen wir mal rein ins Haus. Und da seht ihr ganz, ganz viele Mexikaner. Es ist Mittag, das heißt, alle jungen und gut aussehende Männer sind im Haus. Die kommen gerade vom Essen. Finden wir heraus, wenn meine Gefühle erwidert. Und da sehen wir so viele Dinger zum Kaputtmachen und sehr viele Räume. Hier rechts geht erstmal nicht lang, da steht die Olle im Weg. Aber links können wir lang. Und wenn wir links lang gehen, dann... Ne, jetzt bin ich zurückgegangen, ich habe links gedrückt. So, wenn wir links nämlich lang gehen, da sehen wir hier einen Raum. Und hier hinten ist die nächste, damit wir mal quatschen müssen. Hier haben wir Amos-Pfeil. Genau, ich habe den Raum gescreenshotet, wie groß denn etwa ist das nochmal ein Pfeil? Da ist Amo, da ist eine Sonnenbrille und da ist eine Olle, die mir den Weg versperrt. Und da geht es noch weiter runter. Ja, ich habe wieder alles mitgenommen. Amos-Pfeile. Ich heiße José und bin ein geheimnisvoller, wohlhabender Playboy. Ich liebe schöne Autos und schnelle Frauen. Das hat der Typ hier oben gesagt. Er liebt schöne Autos und schnelle Frauen, okay. Und sie denkt, der mag mich bestimmt. Und wir können ja versuchen, den mal zu verführen. Gut, dann habe ich genügend Pfeile gesammelt, um Amos-Lehrling 4 von 8 zu beenden. Habe 4.000 Erfahrungen, 4.000 Gold und 25 Gems bekommen. Und habe damit ein Level Up erreicht. Auf Level 37, da unten seht ihr 4.000 Münzen, 4.000 Erfahrungen und 25 Gems. Level 37 erreicht, 860 Energie Instant und 250 Gold. So, haben wir es ein bisschen freigeschaltet in der Garage. Amos-Pfeile. Ja, wir probieren es zuerst mit José, dem geheimnisvollen Millionär und Playboy. Ich habe ihm eine fantastische Sonnenbrille besorgt. Sie müssen hier irgendwo rumliegen. Finde sie und gib sie ihm. Und da oben haben wir die Sonnenbrille. Da haben wir noch Amos-Pfeile. Und die Sonnenbrille haben wir mitgenommen. Haben sie mir gegeben. Was für eine großartige Sonnenbrille. Die passt perfekt zu meinem Auspuff. Ich setze sie sofort auf. Auf meinem Weg nach Tijuana. Es scheint so, als würde José seine Autos mehr lieben als mich. Mal sehen, ob mir Antonio mehr zugetan ist. Antonio ist ein Experte, wenn es sich um Kaffee handelt. Mit Liebe habe ich ihm eine Tasse grünen Kaffees von höchster Qualität gebrüht. Damit sie etwas abkühlt, habe ich sie im nördlichen Saloon abgestellt. Bitte bringen sie ihm. So, dann sind wir hier amos-Pfeile wieder. Hola, ich bin Antonio. Wie du siehst, handel ich gewinnbringend mit Kaffee. Gut, in Ordnung. Ich bin erst mal rechts ran gegangen in diesen Raum, weil ich fand ja interessanter. Habe da unten ein Stück Wand gesehen mit 50 Energie. Habe das aufgebrochen, selbstverständlich. Und dahinter war eine Eisentür. Eine Stahltür, die mich nicht reinlässt. Mal gucken. Ein Tresor. Den Tresor öffnet man, indem man in dem Raum mit dem Bär das Buch im unteren Regal herauszieht. Hm. Das war die kleinen Notiz gewesen, die hier auf dem Tisch lag. Diese hier. Da oben sind wir amos-Pfeile nochmal. Die können wir nochmal mitnehmen. Dann hier amos-Pfeile und da haben wir die Tasse grünen Kaffees. Nehmen wir mit. Was denkst du dir? Du bringst mir grünen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Ein Mann, der einen zwielichtigen Kaffee-Laden betreibt und dabei Kaffee verabscheut, kann niemals mein Herz gewinnen. Wollen wir mal sehen, ob Dr. Carlos eher ein Mann nach meinem Geschmack ist. In Ordnung. So, und da ist nämlich das Buch, was gemeint war. Und zwar hier. Der Tresor öffnet man in den Raum mit dem Bär das Buch im unteren Regal herauszieht. Und der Bär ist da. Da ist der Bär und hier ist das Regal mit dem Buch. Haben wir es angedrückt und da ist der Tresor offen. Ein Tresor mit richtig viel Gold. Die kosten 140 Energie pro Stück. Bringen uns allerdings 46, 76, genau, 40 und 36 Münzen, also 76 Münzen, aber kostet 140. Und da haben wir einen Teil von Amos Liebe wieder einmal auf so einem Podest mit der Truhe. Und da habe ich noch geguckt, welche, wo man denn die restlichen noch bekommen kann, die restlichen Schatzteile. Nächste ist ein New Yorker Stadtteil, heißt also in einer anderen Sequenz, wo wir noch gar nicht sind. Gut, dann haben wir zum Valentinstag ein Event gehabt. Ne, nicht zum Valentinstag. Valentinstag hat mehr Armor. Später ein Ereignis. Und zwar ein neues Ereignis. Free Aschenputtel. Hilf Aschenputtel auf den Ball zu gelangen, wo die Liebe ihres Lebens wartet. Ich habe erstmal auf Claim Event gedrückt. Hat nichts gebracht, weil ich habe nicht richtig drauf gedrückt. Das zeige ich euch dann noch. Sieben Tage steht hier drauf auf dem Päckchen. Das heißt, man hat eigentlich sieben Tage Zeit, dieses Paket anzunehmen. Ich habe einen Fehler gemacht, aber dazu später mehr. So, auf geht's nach unten in den nächsten Raum. Da sehen wir links wieder einen Amos-Pfeil. Und da unten ist die Olle, mit der wir reden müssen. Und da oben ist Armor nochmal mit einem Pfeil und einem weiteren Ausgang. So, Pfeile mitgenommen. Dr. Carlos, ein Mann, der Leben rettet. Ich hörte, dass er sehr auf sein Aussehen achtet. Bitte finde einen Kam und gib ihm den Doktor. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass er von mir kommt. Und ihr seht, unten geht's noch viel weiter. Da ist noch so viel zu machen. Habe aber erst einmal genügend Holz abgebaut, um dort das Achievement zu kriegen. Holzliebhaber. 300 Holz, glaube ich, sammeln oder 200. Und kriegen 200 Steine und 800 Erfahrung. Holla, Digi, ich bin Carlos. Dr. Carlos, ich kümmere mich hauptsächlich um die Schusspfeil. Brunnen der hiesigen Geschäftsmann und Politiker. So, nochmal. Und da habe ich dann draufgerückt, dummerweise, auf das Ding. Habe das Event geclaimt. Die kündigliche Familie gibt einen Ball, aber die böse Stiefmutter lässt Aschenputtel nicht hin. Können du und die magischen Tiere ihr auf dem Ball helfen und einen Weg zu ihrer wahren Liebe finden? Acht Aufgaben, eine Auszeichnung, fünf Schätze wieder, wie bei Amos auch. Und 13 Örtlichkeiten, keine Wiederholbaren, das ist schon mal gut. Dauer 28 Tage. Und als Spezialitem gibt es hier nicht Amos Pfeile, sondern den Feenstaub, den wir abbauen können. Und ja, das ist halt ein Fehler gewesen, den ich eigentlich hätte nicht machen dürfen, weil, wie gesagt, sieben Tage Zeit hat man das Ding zu claimen. Und ich hatte noch volle sieben Tage Zeit. Und da laufen halt jetzt die 28 Tage ab, das echt ungünstig ist. Ausflug in die Stadt. Liebe liegt in der Luft, mit einem Hauch Magie und leckerer Schokolade kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Aber es sieht so aus, als ob eine gute alte Bekannte in unserem Camp landet und der Valentinstag nicht ganz so ruhig entspannt wird. Sprich mit Märchenfee. Die ist im Camp gewesen. Ausflug in die Stadt. Der offizielle Tag der Liebe naht und ich kenne eine Person, die etwas Liebe und Glück in ihrem Leben verdient. Mehr verdient als jeder andere. Nein, ich meine nicht mich. Ich habe mehr Bewunderer, als ich zählen kann. Ich meine Aschenputtel. Finden Sie, damit wir ihr zum Glück und wahrer Liebe verhelfen. Das machen wir vorzugsweise mit einem Prinz. Ja, hatte ich gemacht gehabt. Ich habe aber da noch nichts angefangen. Also keine Sorge, ich habe da noch nichts gemacht. Das wollte ich erstmal das Valentinstag-Event beenden. Und wie ihr seht, auch hier wieder, diesmal blinkt die Wand nicht. Interessant. Auf jeden Fall hier wieder ein Tresor, den wir noch nicht öffnen können. Und ich sehe, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Und ich habe noch so viele Scrinches, das ist ja Wahnsinn. Machen wir ganz kurz eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Digi's Adventure. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.